Hallo, ich bin Annik, Co-Gründerin von Schorlefranz und ich bin hauptsächlich für den Vertrieb und das Marketing zuständig. Und ich bin Dominik, der Gründer von Schorlefranz und zuständig für die Produktion und Finanzen habe ich auch noch so ein bisschen im Blick und Griff. Wir von Schorlefranz haben 2016 hier in Gießen unser Unternehmen gegründet, ursprünglich ja mit Weinschorle und der Idee, die so ein bisschen hipper aufzuziehen. Mittlerweile machen wir doch viel mehr und alles rund ums Thema Wein mit der Botschaft Schorleschwips und Schabernack. Der Hauptgrund war mein Studium. Wir sind wegen meines Studiums hierhin gezogen und er hat dann gleichzeitig in Geisenheim studiert. Das ist so anderthalb Stunden von hier, so die beiden Uni. Genau, dann haben wir neben dem Studium Schorlefranz geründet und sind jetzt immer noch hier. Da baut man halt so sein Netzwerk auf und das ist dann auch schwierig oder das möchte man dann auch ungern wieder verlassen. Das ist natürlich breit gefächert. Jetzt zum Beispiel das Lager, wo wir aktuell drehen und auch unseren Firmensitz haben, sowie das Büro ist jetzt zum Beispiel von Herrn Lust, den wir auf verschiedenen Events kennengelernt haben. Ja, und so erweitert sich eben das Netzwerk, sei es jetzt wichtige Leute, die einen Beziehung, die andere Beziehungen haben, die man nutzen kann, Gastro, ja, etc. Ja, jetzt mit dem Lager und mit dem Büro war das, wir haben den Herrn Lust am Montag angerufen und dann hatten wir am Montag das Lager und das Büro und normalerweise zieht sich ja sowas schon ein bisschen in die Länge, so eine Suche. Genau, so Kontakte sind halt Gold wert und das haben wir in den letzten Jahren hier in Gießen aufgebaut. Wenn wir jetzt wieder in die Heimat zurückziehen würden, klar, da hat man auch so seine Kontakte, aber eher privater Natur dann. Also die Suche lag jetzt eigentlich auf der Hand. Wir sind ja ein Haushalt sozusagen, deshalb ich habe dann irgendwann Annik so sehr mit meiner Idee genervt, dass sie dann quasi mit im Boot war und irgendwann geht es auch gar nicht anders, dass man das quasi trennt und ja, Annik hat eigentlich auch den Dritten im Bunde dann ins Boot geholt. Genau, mit dem Cornelius, das ist unser Grafikdesigner, bin ich nämlich zur Schule gegangen und der hat meinen Geschwistern schon Nachhilfe gegeben vor 15, 20 Jahren und uns war von Anfang an klar, dass das Logo sehr, sehr stark sein muss, um sich in diesem Markt zu behaupten und dann habe ich ihn kontaktiert, gefragt so, hey, hast du Lust mitzumachen? Und so hat sich das dann ergeben. Genau, und er hat immer noch Lust und ja, deshalb sind wir immer noch hier zusammen und ja. Tatsächlich gar nicht so lange, weil das so ein Credo von mir, ich sage immer besser unperfekt starten als perfekt zu warten. Deshalb war so diese Rezeptur und so, das war so eigentlich sekundär. Primär war das Produkt an sich, das Design und dass wir es einfach starten und probieren, wird es am Markt angenommen? Das heißt, wir haben jetzt auch über die Jahre hinweg den Geschmack optimiert. Wir haben jetzt dann endlich seit, nein, wir haben schon seit längerem das perfekte Rezept, was auch einfach super Feedback erntet. Ja, aber es war ein Prozess, sagen wir es so. Natürlich ein extrem hohes, wenn ich das jetzt beantworten sollte, weil es war halt klar, okay, wir haben ein Produkt, das ist jetzt nicht neu oder neuartig. Man kennt es schon, aber die Zielgruppe ist halt noch klein oder halt nicht gerecht. Uns war halt klar, okay, ich will irgendwie Wein einer jungen Zielgruppe bekannt machen und die Zielgruppe halt möglichst weit machen. Und klar, als Berliner habe ich da so an ein paar Läden gedacht, wo ich das platzieren möchte, weil ich gemerkt habe, die Nachfrage ist da. Ja, jetzt müssen wir es irgendwie cool aufziehen. Deshalb war das natürlich schon wichtig, weil das Produkt an sich jetzt nicht neu oder ein oder tief war. Genau, das war auch eine Problematik. Im Supermarkt steht zum Beispiel der Lita im Tetra Pak Weinschorle und kostet irgendwie 99 Cent und auch die Gastro kann sich das selber mischen. Unsere Schorle ist etwas höherpreisiger und dadurch muss sie sich halt durch das Packaging abheben. Und natürlich wollten wir auch generell eine starke Marke kreieren, die den Menschen im Kopf bleibt. Ein großer Vorteil ist, dass man sich seine Zeit selber einteilen kann. Wir haben noch einen kleinen Sohn und der will ja dann auch irgendwann vom Kindergarten abgeholt werden. Und dann verbringen wir nachmittags ein paar Stunden mit ihm und arbeiten dann weiter, wenn er im Bett ist. Ich denke, dass einige Arbeitgeber da nicht so flexibel wären und das zulassen würden. Und so können wir das einfach selber entscheiden. Also man kann sich selbst verwirklichen, aber man muss auch alle Entscheidungen selber treffen. Also wenn man eine Entscheidung trifft, die man im Nachhinein revidieren würde, ist man halt selber dafür verantwortlich und hat keinen Chef oder eine Chefin, die einen da irgendwie wieder auffängt oder so. Für mich ist es natürlich so, dass es auch wiederum, habe ich gelernt, auch das ein sehr schöner Teil ist, dass man natürlich eine hohe Verantwortung hat. Je größer man wird und je mehr Mitarbeiter man hat, hat man die Verantwortung nicht nur natürlich für sich selber. Man muss ja von irgendwas auch leben, am Ende des Tages seine Miete bezahlen. Wenn man Mitarbeiter hat, dann sind die quasi auch angewiesen auf ihre Löhne. Das, habe ich gemerkt, ist ein schöner Teil, wenn man das quasi jemandem erfüllen kann, dass der sich seinen Lebensunterhalt mit einem durch die Arbeit bei einem finanzieren kann. Andererseits natürlich auch dann belastend, wenn man merkt, okay, ich muss jetzt aber das Ziel und sowas erreichen. Und genau, also es kann auch belastend sein, aber es ist auch ein sehr schöner Teil. Also erst dachten wir, Corona wirft uns sehr stark zurück. Aber irgendwie haben wir dann die Ärmel hochgekrempelt und haben es geschafft, aus dieser Krise eine Chance zu machen und uns sehr gut weiterzuentwickeln in diesem Jahr. Und da bin ich persönlich sehr, sehr stolz auf uns, dass wir da nicht den Kopf in den Sand gesteckt haben, sondern einfach weitergemacht haben und nicht aufgegeben haben und uns dann auch komplett neu erfunden haben. Und da muss ich jetzt auch sagen, das Jahr war bis jetzt das erfolgreichste. Also das hat uns auch echt gut getan, nochmal so einen anderen Blick auf unser Unternehmen zu bekommen, mit dem Wissen, dass wir was verändern müssen, um durch diese Krise zu kommen. Die ersten zwei, drei Jahre haben wir uns auf die Gastro-Szene fokussiert und auf Events und Festivals. Und das ging ja jetzt 2020 nicht mehr und dann haben wir uns zusammengesetzt und mussten irgendwie einen neuen Fokus finden. Und der liegt jetzt im Handel. Also wir sind zum Beispiel deutschlandweit bei Tegut mit den Schorlen und jetzt auch mit dem Glühwein und aber auch im E-Commerce-Business. Ja, zum Beispiel haben wir in den letzten sechs Monaten, glaube ich, den Online-Shop zweimal neu gelauncht, wenn man so will. Nein, also ursprünglich von einem nicht wirklich Online-Shop zum Online-Shop und dann von dem Online-Shop nochmal auf die optimierte Version. Ja, das war tatsächlich auch... Leergeld, würde ich sagen. Ja, Leergeld, aber letztendlich, was wir zahlen mussten, weil uns da einfach die Erfahrungen gefehlt haben. Und wo wir damals halt einfach auch, ich muss das gestehen, genau, habt ihr einfach nicht diesen Mehrwert erkannt, den es da einfach gibt. Jeder Schritt, auch wenn der weh tut, der bringt einem wiederum Vorteile. Also teilweise ist ja dann auch jetzt ein Missschlag vielleicht ein Erfolg, weil er einen wieder anders denken lässt, okay, wie komme ich da wieder raus und öffnet einem dann wieder neue Wege. Also das ist total witzig. Ich finde halt so kurz vor der Gründung oder auch während der Gründung und nach der Gründung ist man halt so ein bisschen verliebt, blind fast. Man hat da so seine fixe Vorstellung im Kopf und möchte die halt auch unbedingt umsetzen. Und dann ist irgendwie auch so der Input von außen, wird vielleicht gar nicht so positiv wahrgenommen, auch wenn das vielleicht wäre. Und man hat, oder so war das bei mir, ich hatte dann da sehr stark meinen eigenen Kopf. Das würde ich vielleicht zum Beispiel anders machen. Wobei ich jetzt dazu sagen muss, wenn ich vier Jahre zurückblicke, denke ich, haben wir damals schon sehr, sehr viel richtig gemacht. Also wir haben immer schon für unser Produkt gebrannt. Wir sind, ja, das Unternehmen hat uns eigentlich immer so geprägt, war immer mit dabei. Egal, wo wir waren, ob jetzt privat oder halt, ja, auf Tour, weil man sein Produkt promoten wollte. Es war immer so, ah, okay, ja, hier, der Laden sieht ja interessant aus. Da haben wir eine Schorle im Kofferraum, bringen wir vorbei. Ja. Ja, ich hätte mir damals selbst gesagt, ich habe ja eben erzählt, dass wir uns auf Gastro- und Festivals fokussiert haben. Ich hätte mir selber geraten, direkt auf E-Commerce zu gehen und auf den Handel. Also ich habe mein Masterstudium hier in Gießen angefangen und da habe ich eigentlich alle Fächer bei Frau Schumacher belegt, die ich konnte. Ich habe da irgendwie alles mitgenommen, das richtig aufgesogen. Und ich habe jetzt ehrlich gesagt gar nicht so sehr ans Runden früher gedacht. Aber ich weiß, dass Dominik das schon immer wollte. Und dann hat Frau Schumacher uns das Startup-Weekend Mittelhessen vorgestellt. Und dann habe ich ihm davon erzählt und dann hat er sich da angemeldet und seine Idee auch schon zu Schorlefranz vorgestellt. Da gab es aber auch noch kein Logo, nur die Idee. Ja, das wurde damals gar nicht so gut da angenommen. Doch, eigentlich schon. Ich habe nur kein Team zusammen. Genau, also es hat sich dann doch kein Team entwickelt, warum auch immer. Aber die Idee wurde schon gut angenommen. Da zum Beispiel hatten wir auch Kontakt dann zu ersten Investoren, wie den Herrn Lust. Ja, was dann letztendlich so diesen Stein ins Rollen gebracht hat, dass wir gesagt haben, okay, wir wagen das jetzt einfach. Ja, die Kurse bei Frau Schumacher haben mich dann einfach sehr interessiert. Die habe ich dann belegt und ich glaube, Dominik ist dann sogar mal eine Sprechstunde von ihr gegangen und hat dann auch Schorlefranz vorgestellt und sich so ein paar Tipps geholt. Und ja, das war dann auch echt ein ausschlaggebender Grund, dass wir gesagt haben, okay, wir wagen es jetzt einfach. Dann haben wir die Ersparnisse zusammengeschmissen und die erste Charge produziert. Wir hatten dann wie so eine fixe Idee im Kopf, wie es sein soll, ohne das Know-how dahinter zu haben. Und es war echt einfach Bauchgefühl. Und dann kam das Know-how dann Schritt für Schritt dazu und wir haben immer mehr dazugelernt und konnten dann so auch die Marke dann noch stärker und besser aufbauen. Vielleicht funktioniert es deshalb auch so gut, weil wir gerade nicht so gewisses Wissen haben, sondern uns es selber aneignen. Vielleicht wäre man sonst auch viel zu sehr verkopft. Aber wie auch sonst immer war das Credo halt better done than perfect. Und deshalb haben wir es einfach gemacht und sind mit der Zeit, mit dem Wachstum des Unternehmens auch gewachsen. Uns war das Risiko bewusst, dass es auch floppen kann, aber wir haben halt immer daran geglaubt, dass es klappt und deswegen haben wir gesagt, wir probieren das jetzt einfach. Genau und letztendlich, gut, bei uns war es halt so, dass die Summe quasi so überschaubar war, dass wir gesagt haben, okay, sollte es floppen, dann trinken wir halt die nächsten Jahre Weinschorde und können über die Summe dann in ein paar Jahren, sollten wir einen Job haben, hoffentlich drüber lachen. Produkttechnisch ist da einiges geplant. Wir haben ja schon zwei alkoholfreie Produkte, unsere alkoholfreien Traubenseckos, einmal in weiß und einmal in rosé. Aber wir wollen da viel, viel mehr machen in die alkoholfreie Richtung. Das wird auch immer wieder nachgefragt. Ja, weil da nicht nur Potenzial da ist und wir sehen, sondern weil wir es auch einfach spannend finden. Das wird auch immer wieder nachgefragt. Das wird auch immer wieder nachgefragt.